Willkommen im nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei der Datenbankreihe. Das zweite Video soll sich um die Abbildungsregeln kümmern. Zielgruppe sind Fachinformatiker der 11. bzw. 12. Klasse. Damit wir ein Gefühl für die ganze Thematik bekommen, brauchen wir erstmal irgendeine Datensituation und die wollen wir dann eben mit Hilfe von Abbildungsregeln irgendwie zu einem Datenmodell konvertieren. Gehen wir mal davon aus, wir haben einen Kunden und der ist Kunde bei einer Bücherei oder bei einer Leihbücherei und der würde gerne die drei Bände Herr der Ringe ausleihen. Jetzt sind die nicht da und deswegen würde sie jetzt reservieren, dass sobald der nächste oder der Vorgänger sie zurückgebracht hat, er die dann bekommt. So was muss er machen? Er muss eine Reservierung unterzeichnen und wir haben das ja im letzten Video schon mit dem ER-Diagramm dargestellt, wie das funktioniert. Die Reservierung wird von einem Kunden unterzeichnet und ein Kunde kann mehrere Reservierungen unterzeichnen. Gut, was will er reservieren? Er will Bücher reservieren und die Reservierung reserviert Bücher. Und es ist so, dass eine Reservierung, wie wir es oben in diesem gelben Dokument sehen, mehrere Bücher reservieren kann und ein Buch kann öfters reserviert werden, weil wenn jetzt nach diesem Kunden ein anderer Kunde dieses Buch ausleihen möchte, dann kann er da entsprechend auch wiederum eine Reservierung erzeugen. Gut, dann geht es weiter. Wenn jetzt der Kunde merkt, ich habe doch nicht so viel Zeit Herr der Ringe jetzt Teil 1 bis 3 zu lesen, dann kann er es stornieren und kann sagen, diese Reservierung mit dieser ID würde ich gerne stornieren und zwar zu dem Zeitpunkt für in dem Fall 10.01.2021 möchte das durchführen und diese Storno storniert die Reservierung. Und die Storno reserviert exakt eine Reservierung und eine Reservierung kann von einer Storno storniert werden. Und damit haben wir jetzt alle drei Kardinalitäten in diesem kleinen Beispiel drin. Wir haben die 1 zu 1 Beziehung, die 1 zu n Beziehung und die n zu m Beziehung. So, jetzt wollen wir uns mal angucken, welche Attribute wir hier brauchen. Und zwar für den Kunden gibt es die Kunden ID als Primärschlüssel, so als technischen Schlüssel, Vorname, Nachname, Telefonnummer. Telefonnummer habe ich jetzt mal als mehrwertiges Attribut ausgelegt. Dann haben wir für die Reservierung auch eine ID und das Datum für wann reserviert werden soll. Beim Buch gibt es auch eine ID, einen Titel und einen Autor und Storno auch eine ID und das Datum wann das Storno eben ausgesprochen wurde. Da kann man natürlich noch mehr Attribute reinhängen, aber das soll uns hier an der Stelle jetzt erstmal reichen. So, als nächstes müssen wir uns das mal irgendwie in so einer Tabellenform überlegen, damit wir ein bisschen besser uns das vorstellen können, wie wir hier mit den Daten arbeiten. Und insofern ist es so, dass jeder Entitätstyp erstmal zu einer Tabelle wird und die Attribute werden zu spalten. So wie wir das im letzten Video auch schon mal kurz angesprochen haben. Also Entitätstypen werden zu Tabellen und Attribute werden zu spalten. Und ich habe das jetzt mal in so Dummy-Tabellen hier aufgedröselt, damit wir uns das, wie gesagt, ein bisschen plastischer vorstellen können. Gut, also überlegen wir uns mal, welche Daten hier eigentlich verarbeitet werden müssen. Die werden wir das für das Datenmodell dann später nicht brauchen, aber so als Hilfswerkzeug ist es mal ganz praktisch. Der Kunde wird als Datensatz natürlich in der Kundentabelle abgelegt, eben mit Vornamen, Nachnamen und der Telefonnummer. Das heißt, die Entitäten werden zu Datensätzen. Wie gesagt, das ist jetzt nur für die Erzeugung unseres Datenmodells. Im späteren Datenmodell haben die Daten nichts verloren, weil die Daten ja eben nicht den Modellierungscharakter haben, sondern einfach das ist, wofür das Datenmodell später dann da ist. Dann packen wir hier die Reservierungen, die Bücher, Storno, alles eben als Datensätze rein und gucken jetzt, ob man mit diesen Datensätzen in der Form jetzt irgendwas anfangen können. Und wir suchen sozusagen jetzt Möglichkeiten, wie wir das Ganze jetzt perfektionieren. Ich beginne jetzt mal mit einer kleinen Problemstellung. Und zwar, wir haben hier ein mehrwertiges Attribut. Und wenn wir jetzt hier wirklich mehrere Werte ablegen wollen, wie beispielsweise zwei Telefonnummern, dann können wir das nicht. Und die Lösung für dieses Dilemma ist, dass wir für mehrwertige Attribute einfach eine eigene Tabelle bauen. Das können wir dann so realisieren. Wir können beispielsweise die Kunden-ID als Referenz, als Foreign-Key in der Telefonnummer-Tabelle hinterlegen und die Telefonnummer dann entsprechend hier rein. Das heißt, jetzt habe ich hier den Kunden mit der Kunden-ID 1 und der taucht jetzt in der Telefonnummern-Tabelle zweimal auf mit eben diesen beiden Telefonnummern, die der Kunde eben hat. Ich habe das jetzt hier ohne Primärschlüssel realisiert. Man könnte einen kombinierten Primärschlüssel, Kunden-ID und Telefonnummer machen oder auch hier einen technischen Schlüssel hinterlegen. Ist jetzt nicht zwingend notwendig. Insofern habe ich es mal as simple as possible gemacht. Als nächstes gucken wir uns die Beziehung zwischen Kunden und Reservierung an. Das ist eine 1 zu n Beziehung. Und hier müssen wir uns überlegen, wie können wir diese Beziehung, die momentan nur als Strich auf dem Diagramm existiert, wirklich in den Tabellen umsetzen. Und dazu machen wir folgendes. Wir setzen den Primärschlüssel des Kunden als Fremdschlüssel in die Reservierung hinein. Wir haben also eine Verbindung, eine Beziehung zwischen Kunde und der Reservierung hergestellt, indem wir den Primärschlüssel Kunde als Fremdschlüssel in der Reservierung reingepackt haben. So, und das Ganze war ja dafür da, eine 1 zu n Beziehung zu modellieren. Das heißt, wir müssen jetzt in der Lage sein, eine zweite Reservierung als zweiten Datensatz in die Reservierungstabelle reinzupacken. Und genau das können wir tun und können dort auch wiederum die Kunden-ID 1 des Herrn Huber dort als Fremdschlüssel platzieren. So, das wäre jetzt die 1 zu n Beziehung. Und als kleine Merkregel können wir sagen, bei einer 1 zu n Beziehung hat die Tabelle n, das ist die, die auf der n Seite der 1 zu n Beziehung steht, von der Tabelle 1 den Schlüssel als Foreign Key bekommen. Ja, also der Primärschlüssel der Kundentabelle, also der 1 Seite, wird als Foreign Key in die n Seite geschrieben. Und das ist insofern auch recht leicht zu merken, weil in der Kundentabelle darf die Kunden-ID ja nur einmal da sein. Also muss es die Primärschlüsseltabelle sein, weil der Primärschlüssel nur einmal existieren muss. Ja, deswegen wandert der Primärschlüssel von der 1, wo nur einmal sein darf, in die n-Tabelle rein, die Reservierung als Foreign Key. Und der Foreign Key darf natürlich mehrmals vorhanden sein und genau das sehen wir hier. Es gibt noch einen Spezialfall bei den Beziehungen. Auch wenn man es im ER-Diagramm normalerweise nicht macht, aber man darf es, also müssen wir hier kurz darauf eingehen, und zwar man darf in Beziehungen Attribute hinterlegen. Und wenn man sowas hat, muss man darauf natürlich bei der Abbildung Rücksicht nehmen. Und bei so einer Situation können wir immer zwei Sachen machen. Möglichkeit 1, wir können die Beziehungsattribute in die n-Tabelle ablegen, also in der Reservierungstabelle, weil für jede Reservierung ja eine Unterzeichnung stattgefunden hat, also muss bei der Reservierungstabelle dieses Flag eben hinterlegt werden. Das ist die eine Möglichkeit. Was man eigentlich sauberer machen würde, wäre, dass wir eine eigene Beziehungstabelle hinterlegen würde. Und diese Beziehungstabelle muss eine 1 zu 1 Relation zur Reservierungstabelle haben, wie der gleiches Argument, dass wir für jede Reservierung hier eine entsprechende Verifizierung haben. Wie gesagt, es ist nicht ganz hübsch. Normalerweise sollte man bei dem ER-Diagramm keine Attribute bei den Beziehungen hinterlegen, aber wie gesagt, es ist möglich. Deswegen hier noch ein kurzer Hinweis dazu. Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Das wäre jetzt das Beispiel für das Flag der Beziehung in der Reservierungstabelle, also einfach als zusätzliches Attribut hinterlegt. Oder, dass wir hier einfach eine Beziehungstabelle namens Unterzeichnen reinpacken. Die hat jetzt die R-ID als Primärschlüssel und somit hat es eine 1 zu 1 Beziehung zur Reservierungstabelle. Und dort könnten wir dann dieses Verifizierungsfleck reinpacken. Ja, das ist wie gesagt nur der Vollständigkeit halbe. Als nächstes schauen wir uns diese N zu M Beziehung an zwischen Reservierung und Buch. Wir wollen ja, dass wir diese Bücher irgendwie bei der Reservierung hinterlegen. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, zu versuchen, diese Buch-ID als Fremdschlüssel in der Reservierung reinzupacken. Also quasi das, was wir bei der 1 zu 1 Beziehung gemacht haben. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist aber, dass wir hier einen Fehler streng genommen machen. Und der Fehler sieht so aus, dass ich nur ein Buch pro Reservierung reservieren kann. Und wir haben ja vorhin gesehen, dass der Herr Huber Herr der Ringe Teil 1 bis 3 reservieren wollte. Das heißt, das ist keine Lösung für unser Problem. Wir könnten auch auf die Idee kommen, die Reservierungs-ID beim Buch zu hinterlegen. Das ist aber auch wieder ein Problem. Wir könnten zwar jetzt Herr der Ringe Teil 1 bis 3 reservieren mit einer Reservierung. Aber wir können ein Buch nur einmal reserviert reservieren. Das heißt, pro Lebensdauer des Buches darf es nur einmal reserviert werden. Und das wäre vielleicht für ein Buchverkauf ganz praktisch, aber für eine Leihbücherei wäre das nicht drin. Das wäre keine Lösung für unser Problem. Wir brauchen eine andere Lösung für die N zu M Beziehung. Und die sieht wie folgt aus. Wir packen einfach in eine neue Tabelle, in eine Zwischentabelle oder eine Zuordnungstabelle zwischen der Reservierung und dem Buch einfach nur die IDs der Reservierung und der Bücher, die für diese Reservierung reserviert werden sollen. Diese Zwischentabelle löst sozusagen die N zu M Beziehung auf. Und jetzt können wir hier beispielsweise sehen, für die Reservierung mit der Reservierungs-ID 123 haben wir jetzt die Bücher 1, 2 und 3 reserviert. Also Herr der Ringe Teil 1 bis 3 wurden jetzt durch die Reservierung mit der ID 123 reserviert. Wir können auch jetzt hier ein Buch in zwei Reservierungen wiederfinden, wie dieses Buch mit der ID 3, also Herr der Ringe Teil 3, wird in der Reservierung mit der ID 123 und in der Reservierung mit der ID 124 reserviert. Und damit haben wir genau das geschaffen, was wir eigentlich haben wollten. Wir haben ein Buch in mehreren Reservierungen und in einer Reservierung mehrere Bücher und das wäre diese klassische N zu M Beziehung. So, noch ein kurzes Wort zu den Schlüsseln. Ich habe hier beide Felder als Primärschlüssel hinterlegt. Und was sie natürlich automatisch sein müssen, sind auch Fremdschlüssel, weil sie ja eben auf die Reservierung und auf die Buchtabelle referenzieren. Und in dieser Situation kann ich sozusagen ruhigen Gewissens RID und BID in der Zuordnungstabelle als Primärschlüssel definieren, weil wenn jetzt der Herr Huber beispielsweise das Buch der Ringe Teil 3 nochmal reservieren möchte, wird er das in einer neuen Reservierungs-ID machen. Und das heißt, die Kombination 1, 2, 3 als Reservierungs-ID und 3 als Buch-ID wird während der Lebenszeit der Datenbank nur ein einziges Mal vorkommen. Es gibt durchaus Situationen, wo wir sowas nicht machen können, also wo wir die beiden Referenz-Elemente nicht als Primärschlüssel realisieren können. Das wäre beispielsweise, wenn ich die Reservierungstabelle nicht hätte und der Kunde direkt mit dem Buch verbunden werden kann. Also quasi, ich verzichte auf eine dezidierte Reservierungstabelle und ich sage einfach, wenn der Kunde ein Buch reservieren will, dann mache ich jetzt einfach eine Zuordnungstabelle zwischen Kunde und Buch und nenne die Zuordnung Reservierungstabelle oder Zuordnung Kunde Buchreservierung. Und dann würde das nicht mehr gehen, weil wenn ich dann in der Zuordnungstabelle den Primärschlüssel Kunde und den Primärschlüssel Buch habe, dann könnte der Kunde nur ein einziges Mal das Buch reservieren. Aber das würde man eher selten machen, so eine Modellierung. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, dass das nicht zwingend so sein muss, dass wir hier den Primärschlüssel oder die beiden Foreign Keys als Primärschlüssel in der Zuordnungstabelle haben. Aber es ist relativ häufig der Fall. So, als nächstes gucken wir uns diese Stornieren-Beziehung an zwischen der Reservierung und Stornung. Nun, die Stornierung ist ja zur Reservierung der 1 zu 1 Beziehung. Und das heißt, dass wir es technisch eigentlich so umsetzen könnten, dass wir einfach nur eine Spalte bei der Reservierungstabelle hinterlegen würden. Und diese Spalte nennen wir jetzt beispielsweise Stornierungsdatum. Und immer dann, wenn eine Reservierung storniert wurde, dann packe ich da einen Wert rein. Und wenn Null dort noch drinsteht, dann ist eben nicht storniert worden. Technisch ist es absolut in Ordnung. Das funktioniert. Allerdings weicht da das Datenmodell jetzt von dem ER-Diagramm ab, weil im ER-Diagramm stand ja drin, wir brauchen die Entitätsklasse Stornung. Wie gesagt, technisch absolut in Ordnung, aber organisatorisch manchmal eben ein bisschen problematisch. Weil wenn ich nur das ER-Diagramm kenne, suche ich beispielsweise auf der Datenbank dann Stornung und ich finde es nicht. Das heißt, man muss das dokumentieren. Ein zweites potenzielles Problem ist, dass wir hier für spätere Locking-Anforderungen ein Problem schaffen könnten. Stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier in den Tabellen jeweils eine Timestamp-Spalte, wo wir einfach die Erzeugung bzw. Veränderung der einzelnen Datensätze locken könnten. Und wir könnten jetzt quasi rein technisch jetzt nicht mehr das Einfügen des Stornos von einer Änderung irgendwelcher Reservierungsdetails unterscheiden. Weil der Storno ist ja ein Update auf der Reservierungstabelle und das könnte durchaus später mal für Probleme sorgen. Und dementsprechend entscheidet man sich oftmals eben gegen so eine Lösung, dass man hier die 1 zu 1 Bedingung oder Beziehung einfach mit einer neuen Spalte in der eigentlichen Tabelle hinterlegt. Gut, grundsätzlich, es gibt auch Leute, die sagen, Update ist auf jeden Fall zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Also man sollte eben versuchen, das in eigenen Tabellen eben auszulagern. Aber da kommen wir dann schon ins Philosophische rein. Und ich wollte nur mal gesagt haben, dass man das eigentlich eher seltener macht aus den beiden Gründen. Abweichung, ER-Diagramm von Datenmodell und eben eigentlich eine Vermischung von Informationen in einer Tabelle. So, dann versuchen wir mal eine andere Lösung. Eine Lösung wäre jetzt, dass wir hier eben eine eigene Storno-Tabelle realisieren. So, wie wir es hier entsprechend schon mal gemacht haben. Und wir müssen jetzt versuchen, irgendwie diese Beziehung zu realisieren. Also irgendwie eine Foreign-Key-Beziehung hinzukriegen. Und das könnte man wie folgt machen. Man könnte die Storno-ID in der Reservierung hinterlegen. Ja, so wie wir es hier gerade sehen. Dadurch hätte man zumindest eins der beiden vorhin angesprochenen Probleme in den Griff gekriegt. Wir würden jetzt sozusagen einen Gleichklang des ER-Diagramms mit dem Datenmodell haben. Weil im ER-Diagramm steht, wir brauchen eine Entitätsklasse Storno und im Datenmodell findet man dann auch die Tabelle Storno. Das wäre insofern schon mal ein Vorteil. Blöd ist das an der ganzen Geschichte, wie wir diese Update-Problematik nicht gelöst haben. Das heißt, wenn jetzt eine Reservierung storniert werden muss, müssen wir in der Reservierungstabelle ein Update wieder machen. Eben bei der Spalte S-ID und hätten wieder das Problem, dass wir eigentlich ein Update haben, wo wir eigentlich keins haben wollen. Ja, das heißt, hier wäre es eine Lösung. Allerdings müssen wir hier auch noch aufpassen, dass diese S-ID unique sein muss. Weil wenn sie nicht unique wäre, könnte ich beispielsweise bei der R-ID 124, also 1 drunter, dort wo jetzt Null drin steht, auch wieder die 1 reinpacken. Das heißt, ich hätte dann keine 1 zu 1 Beziehung, sondern 1 zu N Beziehung. Und das muss ich ja vermeiden. Und das könnte ich machen, indem ich S-ID als unique hinterlege. Also das wäre eine Lösung, aber keine besonders schöne, weil wir eben diese Update-Problematik noch haben. Das heißt, wir suchen mal eine andere. Und eine andere Lösung wäre, dass wir jetzt bei Storno die R-ID hinterlegen. Die muss jetzt auch unique sein, weil sonst hätten wir wieder eine 1 zu N Beziehung zwischen Storno und Reservierung. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall mal sehr viel besser, weil wenn wir eine Reservierung stornieren würden, müssten wir bei der Reservierungstabelle kein Update mehr machen. Sondern wir würden in der Storno-Tabelle ein Insert machen. Das heißt, es würde ein neues Storno erzeugt werden, so wie wir es, wenn wir es papierbasiert machen würden, ja auch tun würden. Wir würden ein neues Dokument aus dem Druck herauslassen. Das würden wir Storno nennen, so wie dieses orange Dokument. Und das würde dann für die Stornierung stehen. Das heißt, das würde der Realität sehr viel eher entsprechen. Unschön bei der ganzen Kiste ist jetzt, dass wir hier jetzt R-ID auch wirklich unique hinterlegen müssen. Da gucken wir gleich drauf, ob wir das nicht auch noch ein bisschen schlanker hinkriegen. Aber grundsätzlich mal wäre das eine Lösung. Bei der Entscheidung, wie wir sowas realisieren, ist ein ganz guter Tipp immer, dass wir uns überlegen, in der Praxis, in dem Prozess, der dann eigentlich in dem Geschäft, in dieser Bücherei in dem Fall abläuft, was ist zeitlich zuerst da? Und zeitlich zuerst ist immer die Reservierung und dann die Stornierung, weil ich kann ja nicht stornieren, was nicht da ist. Und dementsprechend ist sozusagen die Reservierung die stärkere Tabelle oder die stärkere Relation, sagt man da auch gerne. Und dementsprechend muss dann hier die R-ID in der Schwächeren hinterlegt werden, eben beim Storno. Gut, das wäre eine Lösung, die wäre auch recht gut und brauchbar und so würde man es tatsächlich auch mitunter in der Praxis sehen. Ich kann aber auch gleich die Reservierungs-ID in der Stornotabelle als Primärschlüssel hinterlegen. Das heißt, die Reservierungs-ID wäre jetzt sowohl Primärschlüssel der Stornotabelle als auch Fremdschlüssel in Richtung Reservierungstabelle. Das würde auch gehen, spricht absolut nichts dagegen, weil bei der Stornotabelle ja jetzt R-ID als Primärschlüssel automatisch unique sein muss und dadurch haben wir gezwungenermaßen eine 1 zu 1 Beziehung. Also so kann man das auf jeden Fall machen. Wenn ich das mache, habe ich allerdings eins nicht mehr, eine Storno-ID. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich meine Stornos irgendwie hochzählen möchte mit einer individuellen ID, die jetzt quasi unabhängig von der Reservierungs-ID ist, dann müsste ich so machen, wie ich es vorhin gezeigt habe, dass ich eine eigene Storno-ID und dann eine unique R-ID als eigene Spalte habe. Wenn ich das nicht brauche, wenn ich keine technische Storno-ID brauche, dann ist das, was wir hier sehen, ich sage mal absolut in Ordnung und so würde man es dann auch tatsächlich umsetzen. Damit haben wir jetzt alle Tabellen und Spalten festgelegt. Und das Einzige, was wir jetzt hier noch für das Datenmodell machen müssen, wir müssen die Daten loswerden. Weil wir brauchen ja die Daten für das Datenmodell nicht. Die waren jetzt für uns ja nur so eine Hilfestellung, damit wir uns, ich sage mal sinnvoll Gedanken machen können, wie wir die Spalten eigentlich designen sollen. Und das Datenmodell würde man so darstellen jetzt, das heißt, wir haben wieder für jede Tabelle so einen Kasten. Oben steht der Name der Tabelle drin und dann hätten wir hier die einzelnen Feldnamen oder Spaltennamen untereinander geschrieben. Es gibt Modellierungstools, wo wir dann noch Datentypen und so ein Kram eintragen können. Aber ich sage mal jetzt, das nackte Datenmodell würde genau so aussehen. Allerdings gibt es jetzt noch eine Sache, die man gerne auch in Prüfungen noch verlangt, dass man hier die Kardinalitäten noch hinterlegt, sodass wir eben die Beziehungen sehr viel besser sehen. Das ist jetzt durchaus gerade hier, wie wir es sehen, auch ersichtlich, aber man kann das durchaus hübscher machen. Das ordnen wir jetzt so ein bisschen um, dass wir wenige Kreuzungen dann später kriegen. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir da so haben. Wir haben beispielsweise eine Primär-Fremdschlüsselbeziehung zwischen Kunde und Telefonnummer über die KID. Und ein Kunde kann mehrere Telefonnummern angeben. Und dann haben wir hier eine stinknormale 1 zu N Beziehung. Gut, beim Kunden geht es weiter. Zwischen Kunden und Reservierung haben wir auch wieder eine 1 zu N Beziehung. Ein Kunde kann mehrere Reservierungen darstellen. Zwischen Storno und Reservierung hatten wir die 1 zu 1 Beziehung. Das war hier, dass wir den Primärschlüssel der Reservierung einfach auch für die Storno-Tabelle verwenden. Insofern gibt es hier einfach eine 1 zu 1 Beziehung. Wenn wir das Ganze anders gelöst hätten, beispielsweise durch eine technische ID bei Storno und die R-ID wäre eine ganz normale Fremdschlüsselbeziehung gewesen, dann hätten wir die UNIQUE ja machen müssen. Das haben wir ja vorhin besprochen. Und dann würde man hier einfach in Klammern UNIQUE dahinter schreiben. Oder was ich auch hin und wieder sehe, sind doppelte Unterstriche, basierend aus dem Relationenschema. Okay, gut, wie geht es weiter? Wir haben jetzt ja die N zu M Beziehung zwischen Buch und Reservierung. Aber das haben wir ja über die Zwischentabelle aufgelöst. Und diese Zwischentabelle bietet uns jetzt hier eben die Möglichkeit, eine 1 zu N Beziehung von Reservierung zur Zwischentabelle zu realisieren. Und dann wieder eine N zu 1 Beziehung zwischen der Zuordnungs- oder Zwischentabelle und dem Buch. Das heißt, im Datenmodell, tatsächlich auf der Tabelle, auf der Datenbank, finden wir nur noch 1 zu 1 und 1 zu N Beziehungen. Es gibt technisch keine N zu M Beziehung, die müssen wir mit einer 1 zu N, N zu 1 Beziehung auflösen. Anders kriegen wir das nicht hin. Der Vollständigkeit halber packen wir jetzt noch FK hinter die Fremdschlüssel. Und somit haben wir eine klare Indikation, was ist ein Fremdschlüssel mit diesem FK für Vorky und was ist ein Primärschlüssel durch die Unterstreichung. So, damit haben wir jetzt alles soweit fertig. Und wir müssen jetzt noch über eine Sache sprechen, das sogenannte Relationsschema. Das ist relativ einfach. Das ist einfach das, was wir hier gerade sehen, in einer anderen schriftlichen, also nicht grafischen Darstellung. Und was wir da machen, ist eigentlich ganz billig. Wir nehmen einfach den Tabellennamen und die einzelnen Attribute und legen die dann einfach in der Zeilenschreibweise ab. Für die Kundentabelle ist es so, dass wir einfach Kunde dann in Klammern und dann kommen einfach die Attribute. Die Primärschlüssel werden einfach einfach unterstrichen. Und sollten wir Unique-Felder haben, wird es gerne so gemacht, dass das doppelt unterstrichen wird. Oder man schreibt einfach in Klammern dahinter Unique. Hauptsache, dass der Lesende weiß, was gemeint ist. Also nochmal, wir haben den Tabellennamen und die Attribute und den Primary Key unterstreichen wir hier einfach. Bei der Telefonnummer haben wir jetzt im Prinzip das Gleiche. Wir haben den Tabellennamen, in Klammern die Attribute. Allerdings haben wir jetzt hier einen Foreign Key. Und diesen Foreign Key markiert man üblicherweise mit so einem Pfeil nach oben. Also er referenziert woanders hin. Jetzt gibt es hier auch die Notation, dass man einfach in Klammern FK dahinter schreibt für Foreign Key. Wichtig bei der ganzen Sache ist, dass wir nachvollziehen können, auf welches Feld dieser Foreign Key sich jetzt bezieht. Also dadurch, dass wir jetzt eindeutige Feldnamen haben, also diese Kunde-ID als Primärschlüssel gibt es nur bei Kunde. Es ist klar, worauf wir uns beziehen. Sollten alle Tabellen jetzt den Primärschlüssel nicht eindeutig haben, sondern jede Tabelle hätte quasi den Primärschlüssel mit dem Namen ID. Also in Kunde wäre es die ID, in Storno wäre es die ID, in Reservierung die ID und so weiter. Dann müsste man hier das etwas genauer spezifizieren. Und was man dann gerne macht, ist, man würde dann Kunde und dann unter Strich ID hinschreiben, dass man eben weiß, auf wen es geht. Was man auch manchmal sieht, ist Kunde Punkt und dann ID, dass ich einfach weiß, auf welche Tabelle sich dann diese Foreign Key Beziehung dann stützt. Was man seltener macht, aber auch mitunter gesehen wird, ist, dass man dann dahinter dann nochmal die Foreign Key Beziehung explizit nochmal hinschreibt, so wie wir es im Create Table Statement sehen. Aber was ich meistens sehe, ist eben dieser Pfeil nach oben mit einer eindeutigen Benahmung und damit ist klar, was gemeint ist. Die anderen Tabellen sind jetzt eben nichts Besonderes mehr. Also ich habe jetzt hier bei Storno den Primärschlüssel und den Foreign Key. Also hier ist der Pfeil nach oben und unterstrichen. Das war unsere 1 zu 1 Beziehung, aber ich glaube, das ist jetzt auch nichts Besonderes mehr. Dann bei der Reservierung auch wieder das Gleiche. Die Zuordnungstabelle und das Buch. So, damit haben wir jetzt alle Elemente im Relationsschema soweit abgebildet. Und das wäre jetzt eigentlich alles, was man so zu den Abbildungsregeln und der Notation der Ergebnisse dann entsprechend wissen sollte. Wie immer, es gibt immer noch mehr Details, immer noch mehr Feinheiten. Aber ich glaube, das, was wir jetzt hier besprochen haben, ist so die Quintessenz. Und damit kommt man auf jeden Fall über die Runden. So, dann gehe ich nochmal ganz kurz durch die einzelnen Punkte durch, dass wir nichts vergessen. Und zwar bei den Abbildungsregeln haben wir uns ein paar wichtige Punkte eben hergeleitet. Zum einen wird jeder Entitätstyp des ER-Diagramms zu einer Tabelle. Man nennt Tabellen manchmal auch Relation. Das sieht man in den Fachbüchern meist. Aber für unsere Vorstellung hilft der Begriff Tabelle im Regelfall weiter. Dann Attribute. Jedes Attribut im ER-Diagramm wird zu einer Spalte. Mehrwertige Attribute müssen wir in eine eigene Tabelle auslagern. Dann 1 zu 1 Beziehungen können wir entweder zusammenfassen, indem wir die Werte der angehängten Tabelle einfach als Spalte in der ursprünglichen Tabelle ablegen. Oder man kann über einen Unique-Fremdschlüssel das Ganze verbinden. Oder man macht eben den Fremdschlüssel gleich als Primary Key, so wie wir es in unserem Beispiel gemacht haben. Bei 1 zu N Beziehungen haben wir gesagt, wird der 1 Key als Foreign Key zur N-Tabelle hinterlegt. Also wir haben eine Tabelle, wo die 1 steht, eine Tabelle, wo das N steht. Und dort, wo die 1 steht, nehmen wir einfach den Primärschlüssel und packen den als Foreign Key, als eigene Spalte Foreign Key, in die N-Tabelle hinein. Und bei N zu N Beziehungen brauchen wir eine Zwischentabelle, die uns diese N zu N Beziehung auflöst, in eine 1 zu N, N zu 1 Beziehung. Bei der Formulierung des Datenmodells haben wir uns ein paar Sachen gemerkt. Und zwar, jede Tabelle kriegt einfach ein Rechteck und dort schreiben wir den Namen rein. Die Attribute stehen dann in einem eigenen Kasten untereinander. Die Primärschlüssel haben wir unterstrichen. Fremdschlüssel, die markieren wir entweder, indem wir diese Beziehungen reinmalen, wo wir die Kardinalitäten hinterlegen. Was man auch manchmal sieht, ist, dass man einfach in Klammern FK dahinter schreibt oder auch beides muss man selber entscheiden beziehungsweise in Prüfungssituationen empfiehlt sich es manchmal wirklich alles reinzupacken. Wer weiß, wer es korrigiert. Dann Unique-Felder können wir auch markieren. Entweder indem wir einfach Unique daneben schreiben oder doppelt unterstreichen. Die Kardinalitäten wird von vielen eben auch als Unique korrekt interpretiert. Dann die Kardinalitäten können auch ergänzt werden. Es wird meistens verlangt. Es ist nicht zwingend notwendig, weil wir es ja eben über die Vorkie-Beziehungen haben. Aber es ist so, dass es einfach übersichtlicher wird, dass wir die Beziehungen sauber als Striche drin haben und dann die Kardinalitäten dazu. Das Datenmodell wird gerne auch in Software-Paketen modelliert, aus denen dann gleich die Create-Table-Statements, also sprich das DDL-Skript rauskommt. Und wenn man so eine Software hat, dann werden die Beziehungen und die Kardinalitäten in aller Regel dort eben auch hinterlegt. Und dementsprechend wird es meistens auch in den handschriftlichen Datenmodellen verlangt, weil es einfach übersichtlicher und besser verständlich ist. Für das Relationsschema sieht man meist auch als Relation-Nenn-Schema ist es so, dass wir eine schriftliche Darstellung des Datenmodells haben. Und hier ist jede Tabelle in einer eigenen Zeile, also Zeile im Sinne von Name und in Klammern dann. Die Attribute stehen nach dem Tabellennamen in Klammern. Hier haben wir die Primärschlüssel wieder unterstrichen. Auch hier habe ich schon ein paar Mal gesehen, dass einfach PK dahinter steht, anstatt unterstreichen. Aber in den meisten Beispielen, die man sieht, ist der Primärschlüssel einfach unterstrichen. Dann Fremdschlüssel werden mit einem Pfeil nach oben markiert. Auch hier gilt, man sieht hin und wieder in Klammern FK dahinter. Dann müssen wir darauf achten, dass natürlich die Fremdschlüsselbeziehung zu den Primärschlüsseln entsprechend eindeutig erkennbar ist. Wenn alle Schlüssel einfach nur ID heißen, dann müssen wir den Tabellennamen im Regelfall davor schreiben, damit wir wissen, zu welcher Tabelle der Fremdschlüssel gehört. Weil wir hier jetzt eben nicht mit so Beziehungslinien arbeiten können. Das ist ja eine textbasierte Darstellung. Die Unique-Felder markieren wir hier auch wieder. Entweder durch einen doppelten Unterstrich oder eben in Klammern Unique dahinter. Und damit haben wir eigentlich alles soweit hinterlegt. Und ich glaube, damit müsste jetzt jeder in der Lage sein, die Abbildungsregeln sauber durchzuführen und eben entsprechend auch zu dokumentieren. Soviel dazu, wie wir aus dem konzessionellen, also erst im ER-Diagramm, zu einer tatsächlichen für die Datenbank brauchbaren Darstellung kommen, damit wir die Tabellen über Create Table Scripts bauen können. Ich werde jetzt noch ein weiteres Video für diese Reihe machen. Da werde ich mich vermutlich um die Normierung von Tabellen kümmern, also im Wesentlichen die dritte Normalform, wenn wir ansprechen. So wie dieses Video wird auch das nächste vermutlich wieder ein bisschen länger werden. Aber ich gehe einfach davon aus, wenn man etwas intensiver darüber spricht, sieht man die möglichen Probleme und dann macht ihr einfach weniger Fehler in euren Arbeiten. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und dranbleiben.